Das erste Licht in dunklen Tagen. Der Advent 2021 bricht an und es wird höchste Zeit für Lichtblicke und Lichtvermehrung. Denn eigentlich hatten wir ja gehofft, viel leichtfüßiger auf diese Weihnachtszeit zugehen zu können. Mit Weihnachtsmärkten, mit Konzerten, mit Freundinnen und Freunden. Doch die Pandemie lässt das alles nicht zu. Das Gegenteil ist der Fall. Die Inzidenzen steigen und in Deutschland beklagen wir inzwischen mehr als 100.000 Tote. Höchste Zeit für Lichtblicke und für die Hoffnung, dass sich das Licht vermehrt. Advent? Das Wort kommt aus dem Lateinischen Adventus Domini, das Erwarten des Herrn. Wir warten. Wann Gott kommt, wann Gott die Tränen abwischt und der Tod keine Macht mehr hat? Das wissen wir nicht. Aber wir warten. Und wir erwarten diese Zeit, Gottes Zeit. Darum das Lied Dein ist die Zeit, mit dem ich Ihnen und Dir eine gute und gesegnete Adventszeit wünschen möchte. Dein ist die Zeit, die Stunden, die Tage, durch Jahrmyriaden, durch Lob und durch Klage. Dein Dein ist die Zeit, dein ist die Zeit, beim Suchen, beim Finden, im Streit, im Versöhnen, im Lösen, im Binden. Dein ist die Zeit, die Zeit. Dein ist die Zeit, gestern, heute und morgen. Dein ist die Zeit, Gott, und wir sind geborgen. Dein ist die Zeit, gestern, heute und morgen. Dein ist die Zeit. Dein ist die Zeit. Dein ist die Zeit, das Ruhe, das Tiefe, die Nähe, die Weite, das Grade, das Schiefe. Dein ist die Zeit, dein ist die Zeit. Dein ist die Zeit, das Schwere, das Leichte, Gewissheit und Zweifel, der Tiefgang, das Seichte. Dein ist die Zeit, dein ist die Zeit, dein ist die Zeit, gestern, heute und morgen. Dein ist die Zeit, dein ist die Zeit, dein ist die Zeit, Gott, und wir sind geborgen. Dein ist die Zeit. Dein ist die Zeit, dein ist die Zeit, am Anfang, am Ende. Dein ist die Zeit, dein ist die Zeit, das Lieben, das Lieben, das Sterben, nimmst du in die Hände. Dein ist die Zeit, die Zeit. Dein ist die Zeit, gestern, heute und morgen. Dein ist die Zeit, dein ist die Zeit, dein ist die Zeit, Gott, und wir sind geborgen. Dein ist die Zeit, 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 Untertitelung des ZDF, 2020